Liebe Mitglieder, ich möchte Sie heute aus dem sommerlichen Berlin auf eine besondere Befragung aufmerksam machen. Wir haben unsere institutionellen Investoren befragt, wie sie denn unsere Private Equity Fonds bewerten. Und siehe da, es ist dabei ein sehr gutes Ergebnis dabei rausgekommen. Die Investment-Strategien sind eigentlich sehr positiv. Sie sagen, Private Equity ist eine durchaus sehr interessante Anlageklasse. Wir wollen, dass noch mehr institutionelle Investoren unsere Fonds sozusagen bedienen. Nicht nur die Private Equity Fonds, sondern auch die Venture Capital Fonds. Wir sind mit der Politik im Gespräch, wie wir hier vielleicht sogar ein Anreizmodell, ein Dachfondsmodell konstruieren können. Und ich freue mich über Rückmeldungen, die dazu beitragen, dass wir sozusagen da ein besseres Miteinander noch hinbekommen. Sie können die Studie runterladen, direkt unter diesem Video. Und ich höre gerne von Ihnen, wie Sie unsere Ergebnisse finden.